Herzlich Willkommen! Ich freue mich über Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute warum immer nur über Gold und Silber gesprochen wird und Platin als Alternative zu Gold und Silber vielleicht mal überlegenswert ist. In den letzten Videos, in den letzten Wochen des Jahres 2019 und auch jetzt Anfang 2020 wird fast nur über Gold und Silberpreise, über Gold und Silberkurse, über Ausverkauf von Gold und Silber und auch über die Anonymitätsgrenze von Gold und Silber gesprochen und berichtet. Obwohl es aber auch noch viele andere Edelmetalle gibt. Und ich möchte heute mal über Platin sprechen, da ich mich in den letzten Wochen aus eigenem Interesse damit auseinandergesetzt und befasst habe, ob ich nicht aus Grund von der Risikostreuung zu schon bestehenden Gold und Silberinvestitionen mal eventuell Platin sein kann, was man sozusagen dazu kauft zu seinem Bestand. Ich bin jemand, das wissen Sie vielleicht schon, der Gold und Silber als Wertanlage, als Wertsicherungsanlage auf jeden Fall jedem empfiehlt, egal wie viel Geld er hat und in etwa vielleicht 10, 15 Prozent seines Vermögens in Gold, Silber und Edelmetalle anderen für sich investieren sollte. Und zwar physisch, also nicht in Papierform wie Aktien oder irgendwelchen ETFs, sondern physisch greifbar jederzeit. Es ist jedoch so, dass wohl das Edelmetall Platin, das in den letzten Jahren, seit 2011 sehr stark unter die Räder gekommen ist und den Wert, den etwa halbiert hat, ganz im Gegensatz zu Palladium, das den Wert fast verdoppelt hat in dieser Zeit oder vielleicht sogar verdreifacht, kaum berichtet und vergessen wird aus meiner Sicht und eine sehr, sehr gute Alternative zu Gold und Silber darstellt, beziehungsweise nicht als Alternative vielleicht, sondern als Beimischung, um das Risiko zu streuen. Palladium, nur ganz kurz, hat sich im Wert extrem verteuert, liegt momentan pro Unze bei etwa 2000 US-Dollar, wogegen Platin sich seit 2011, wie schon gesagt, im Wert halbiert hat und momentan im Januar 2020 bei etwa 1000 Euro pro Feinunze steht, beziehungsweise bei ungefähr 900 US-Dollar. Platin hat nach meiner Recherche eine schier unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit. Es ist natürlich vor allem ein Industriemetall, allerdings wird es auch sehr stark in der Schmuckherstellung verwendet. Am meisten allerdings in der Autoindustrie, in der chemischen und in der Elektroindustrie. Ein Teil davon auch in der Glasherstellung. Die Nachfragesituation von Platin ist wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit, wenn man den Zahlen glauben darf, die es am Markt gibt, ansteigend, da erstens mal das Platin oft als Ersatzmetall für Palladium verwendet wird und Palladium inzwischen sehr teuer ist. Und zum anderen ist es so, dass die Nachfragesituation durch die Entwicklung von Brennstoffzellen und Wasserschaftspeichern in den nächsten Jahren wahrscheinlich ansteigt. Der aktuell noch vorhandene Überschuss, Angebotsüberschuss von Platin wird wohl im Jahr 2019 zu einer Unterversorgung kommen. Das heißt, es wird weniger Platin verfügbar sein, als nachgefragt wird. Das bedeutet allerdings dann auch, dass damit mit großer Wahrscheinlichkeit der Preis von Platin nach oben gehen wird, wenn die Nachfrage steigt und das Angebot sinkt. Deshalb könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn es Anleger gibt, die zu ihrer bereits vorhandenen physischen Gold- und Silbermetallanlage eine Beimischung suchen und Platin eine Lösung dazu ist. Platin gibt es in Münz- und Barrenformen. Es gibt alle, fast alle Stückelungen, es gibt alle Stückelungen. Es gibt sogar klitzekleine 0, also 1,25 Unzen Münzen und natürlich rauf bis zu Barren, auch diese in allen Größen. Die Unze kostet momentan in Euro gerechnet, eine Unze Platin kostet aktuell 1.075 Euro. Es ist auf jeden Fall weniger als Gold und es ist mal etwas, was das Risiko einfach vielleicht noch senkt, indem man es einfach beimischt. Ich persönlich habe mich dazu entschlossen, wenn ich wieder investieren werde, Platin mit aufzunehmen. Ich rate dazu, Unzen Münzen zu kaufen. Die Preis des Preis-Leistungs-Verhältnisses, das Mengen-Verhältnis ist bei Unzen am günstigsten. Natürlich kann man auch in Schmuck anlegen, aber das ist nur für Spezialisten eine Idee, wenn sie sich sehr gut auskennen mit Schmuck, mit Platin-Schmuck oder mit gemischten Schmuck, der mit Gold und Platin vermischt ist. Das soll es schon gewesen sein für heute. Ein kurzer Hinweis für Leute, die auch mal was anderes hören wollen als Gold und Silber und Ausverkauf und Schlussverkauf und riesen steigende Kurse. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Erzählen Sie es weiter, abonnieren Sie meinen Kanal, dann verpassen Sie auch im neuen Jahr keine Sendungen, keine Videos und denken Sie auch in der Geldanlage daran, immer erst die Menschen und dann die Sachen. Schauen Sie, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund bleiben, dass Sie ein schönes Leben haben, dass es Ihnen Spaß macht und denken Sie erst dann daran, Geld anzulegen, zu sparen, zu horten und in diesem Sinne freue ich mich bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler Klaus Echtler